Oh, damn, Alda, damn! Alter, ich hab gewonnen! Es ist Goro! Triple Pain! Ich hab gewonnen! Ich hab einfach gewonnen, Alda! Und weil's so schön ist, machen wir erst mal Werbung. Wie bitte? Einsatz macht, kriegt man dann plus eins, plus eins oder was? Wie macht man das mit Einsatz? Dann mach ich das jetzt mal dem Befehl. Ziel 30 konnte nicht gefunden werden. Ich glaub... Warte kurz. Ich muss mir das mal angucken, wie das heißt. Aber dann müsste ich das erst mal beenden. Ja, ich bin... Ich weiß gar nicht, wie schwer das ist mit einer Hand und so. Und nicht zu wissen, wo man hinfliegt. Ja, gar kein Lick, gar kein Lick. Absolut kein Lick. Ich hab mir aufgeklärt. Ich bin schon überraschend. Ich bin schon überraschend. Ich bin schon überraschend. Ich bin vorfüllen, ey. Ich bin schon überraschend geworden. Ich bin schon überraschend. So, was hier wird denn hier? Hier, Netz, Nebelwand. Ja, komm, weg damit. Oh mein Gott. Wenn ich damit umgehen könnte, ne? So, warte mal. Isis, siehste, haben drei Sekunden bloß immer ohne Einsatz gemacht. Ah, das heißt wegen dem blöden Einsatz, oder was? Das heißt, man muss auch noch zocken. Und wer hat jetzt gewonnen? Ich, oder was? Bin wieder da. Yo, Trapper. Ich glaube, ich geh nach der Runde kurz was essen, aber wenn du willst, dann mach ich immer noch zocken. Ey, Leute, guck mal, wie lang der Zoom dauert. Guck mal, ich drück jetzt. Das ist schon extrem lang, den Schimpansen, Alter. So, gehen wir mal basteln. Mal, ich drückst. Oh, komm. 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 So, ab jetzt bist du tot. The fog sets in. So, wo ist der andere jetzt hin? Ach ja, wegen der Story. Ja, kannst du machen. Okay, hey CT Command, ich freue mich. Ich freue mich. Komm, ich geb dir wieder einen Sniper Shot, alter. Okay, das war keine gute Idee. Okay. 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 Puh, anstrengend. Nein! Ah, du hast es nicht nach oben geschafft, hä? Niemals, alter. Ich hätte den eben so umbringen müssen, hä? Ich hätte den so umbringen müssen. Oh, das hätte ich auch nicht machen dürfen. Ich hätte den so killen müssen. So, aber du wirst jetzt, du wirst jetzt sehen, du wirst jetzt sehen, mein Freund. Okay. 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 Timo, das bist du, ne? Oh im Gott alter! Die Sniper ist so OP, ne? Die ist so OP! So, geh angreifen, geh angreifen, ne? Noch einer, was ist los mit euch? Eigentlich dürfte ich nicht beide pushen, aber ich muss. Boah, Junge. So, weg damit. Weg, weg, weg. Weg damit. Weg, weg, weg. So. So. So, ich habe auf jeden Fall auseinandergenommen, oder? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Ich habe doch auseinandergenommen, Alter. Das war richtig feige und hinterhältig, aber egal. Ich habe auseinandergenommen. Das ist das Einzige, was zählt. So, CD GoSkiller ist gefolgt. Ja, ja, ich merke. War aber Timo, oder? Ist doch unser HL-Team-Hosen. So. Oh. Ja, Gold, gerne. Was noch mal dazu gesagt. Also, ich... Oh, 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 warte kurz. Wo ist der Typ hin? Wort, wo ist der Typ hin? so danke für deine ganzen sachen nach richtig nah ist alles da gelassen super so und jetzt gehe ich mal endlich dahin wo ich hin will ich habe mich hier raus ich kann noch einmal hin werden ich habe nur gestorben die ganze zeit das gute ist wer glaubt dass sein reiterspuren meine reiterspuren sind ach egal ihr wisst verschmeiden so aber ein sturmgewehr ist besser ja ich bin timo ja ok 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 du hast schon wieder ein neun dinge twitch namen Das sind immer die, wo man bauen kann. Also für die, die das Spiel noch nicht so ganz checken. Goldene Dächer, du kannst bauen. Und zwar an diesem komischen Ofen. Da. An dem Schmiedsofen, keine Ahnung. Ach, Scheiße, das wollte ich nicht. Scheiße. Das wollte ich nicht. Hier ist Beef in der Nähe. Hier ist auf jeden Fall Beef in der Nähe. Ich warte noch ein bisschen. Boah, ich muss trullern. Ah. 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 Dass der immer noch gelbe Life hat, Alter. Ich geh die mal angreifen. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße. Ich hab noch in der Zone geachtet. Lauf. Ich verliere gerade mein ganzes Blue Life. No. Did I burn your chicken wings? Did I burn your chicken wings? Und da ist wieder einer. Lauf. So, das letzte Beef. Das wird so der letzte Beef. Oh, ich muss pinkeln. Ich muss so hart pinkeln, Jungs, Alter. Puh, nimm so mehr, sag ich jetzt. Ach, komm. Ich bin's. Ja, Tripper. Ähm. Wie heißt du eigentlich bei, äh, Realm Royale? Weil ich heiße ja Trouble Pain. Du siehst es da oben links. Mit vier P's. Also Trouble, drei und dann Pain. Und das eine ist groß in der Mitte. Ah, sag ich nicht, ich komme da nicht hoch. Ah, hey, let's go. So, wie viel leben wir? Sechs Mann. Sechs Leute. So. Das macht mir alles Schiff, wa? Egal, wo die sind, die haben Beef. Aha. Wo nur das PC-Schutz ist. Habt keine Ahnung, was das ist. Reduziert sich stärker, Crowd, Clown. Mehr konnte ich nicht lesen, keine Ahnung. Ist irgendeiner gestorben? Nein? Sehr gut. Warte mal, wo kann ich hier Hypersition gehen, Alter? Hypersition ist jetzt nicht unbedingt Vorteil. Aber vielleicht schon. Sehr nice. Wir kriegen meine Armour. Das sind zu viele Ecken, die mir noch Damage machen könnten, na? Das nervt. So, wir machen das jetzt ein bisschen sneaky, Jungs und Mädels. Ich werde jetzt hier ein bisschen verharren und campen und Wurzel schlagen. Aber ich will meinen Sieg. Oh. So, Moinsen, bist wieder da. Ja, Mann, sehr gut, sehr gut. Wieso leben noch alle? Die hatten nur ihren Beef. Unter mir ist, glaube ich, keiner mehr. Ich sehe keinen. Ich will ein bisschen spazieren gehen. Schauen wir uns mal an, was hier so ist. Ich glaube, wie der Movement gehört. Ey, warte mal, es sind nur noch drei. Die sieben sind meine Kills, ich Idiot. What? Es sind also zwei Gegner noch. Okay. Was meinst du mit meinem Satz zu Ende bringen? Ah, nein, Alter. Alter, ich habe gar keinen Schuss getroffen. Ich bin tot. Fixing my armor. Ich bin tot. Die Scheisse. Sicher. Ich bin tot. die nerven gerade das war echt anstrengend hier Fixing my armor Scheiße alter was das für ein beef ja jetzt müssen wir da auch noch auf den engsten raum hier oh oh triple pain verdammt war das anstrengend alter zum glück hatten die keine op waffen und die hatten auch kein blue life mehr deswegen konnte sie so in your face kaputt schlagen alter auch 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 auch